Musik Ich bin hier auf dem Musikmentorenlehrgang, weil ich in der Musik weiterkommen möchte und das dazulernen. Ich bin hier, weil ich gerne was mit Musik studieren möchte und wahrscheinlich Musikpädagogik mache. Ja, ich bin hier, weil ich mich fürs Dirigieren interessiere und weil mein Musikverein mir das angeboten hat. Ich bin hier, weil mir Musikzieren Spaß macht. Um neue Leute kennenzulernen und Musik zu machen. Weil mir Musik Spaß macht und wir von der Schule gefragt wurden, ob wir hingehen wollen. Also ich bin hier Musikmentorenlehrgang, weil ich was dazulernen will und Musik machen hob ich von mir. Also ich bin hier, weil mir Musik total Spaß macht mit den ganzen Leuten und das Dirigieren und so.